Herzlich Willkommen im Handelsleuten Salzgitter schraubt sich mit Wasserstoff zu eisernen Kräften. Salzgitter ist ein Stahlhersteller, der aufgrund veränderter Regeln zum Umweltschutz starke Verluste hinnehmen musste. Wenn die Umrüstung auf die Produktion mit Wasserstoff gelingt, könnte Salzgitter aber bald ein heißer Hit für absehbare Gewinne sein. Salzgitter ist ein großes Unternehmen, international agierend, tritt derzeitige Herausforderungen mit technologischem Fortschritt entgegen und besitzt langjährige Erfahrungen in einem verständlichen Markt. Die Renditeerwartung legte ich in einer Tabelle bei. Zum Abschluss ein kurzer Vers zu Salzgitter. Salzgitter wehrt sich mit Leibeskräften gegen Schließungen und das Entsäften. Teil des Marktes möchte man gerne bleiben. Dafür lässt man sich von neuen Regeln treiben. Der Anleger sieht ein interessantes Spiel und hofft, das Unternehmen kommt zum Ziel. Am Ende sollen wieder kräftige Gewinne stehen. Unter Einheiten des Umweltschutzes kann man das auch zugestehen. Achtung! Dies war ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen.